Wie wirst du mit dem Geist erfüllt? Das ist eine gute Frage, oder? Wie behandle ich eigentlich im Geist? Gehe zu Epheser Kapitel 5. Epheser Kapitel 5 Es geht nicht um Rituale. Was ist das Ritual? Beschneidung. Wenn ich körperlich beschnitten werde, werde ich kein besserer Christ. Wenn ich versuche, diese Art von Handlungen auszuführen, werde ich nicht unbedingt ein besserer Christ. Ich muss tatsächlich mit dem Geist erfüllt sein, sonst wird es keine Veränderung geben. Wenn ich nicht die Dinge tue, die richtig sind. Wenn ich weiter im Fleisch wandle und Dinge des Fleisches tue und versuche, mir Nein zu sagen. Was ich tun sollte, ist nur mit dem Geist erfüllt zu sein. Und dann werde ich nicht das tun, was falsch ist. Ich werde diese schlechten Dinge nicht tun. Epheser Kapitel 5 Vers 18 Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sagt alle Zeit Gott, dem Vater, Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter der Furcht Gottes. Nun werde ich versuchen, dich zu helfen, dies zu verstehen, okay? Und dann sind wir mit der Predigt fertig. Nehmen wir an, ich habe ein Problem mit dummen Gedanken. Wenn ich in diesem Bereich wirklich Probleme habe und viele dumme Gedanken habe, könnte ich jedes Mal, wenn ich einen dummen Gedanken habe, eine Peitsche bekommen und mich auf den Rücken peitschen. Ich könnte versuchen, meinen Körper körperlich zu reformieren, aber ich werde nicht erfolgreich sein. Weißt du, wie ich dumme Gedanken vermeiden kann? Wie wäre es mit, oh Gott, dieser Ehre zu singen? Ich werde keine dummen Gedanken haben, wenn ich Lobgesänge singe. Immer wenn ich schlechte Handlungen und schlechte Dinge mache, solltest du das durch... Hey, lass mich jetzt die Bibel lesen. Es ist schwer, sich zu beschweren und zu murmeln, wenn du betest und Gott für alle guten Dinge dankst, die er in deinem Leben getan hat. Und es geht nicht so sehr darum, dein Fleisch zu reformieren, es geht darum, mehr im Geist zu wandeln. Und je mehr du im Geist wandelst, desto weniger wirst du die Lust des Fleisches befriedigen, desto weniger du das tust, was schlecht ist. Paulus sagt dir, warum versuch dir, das Fleisch zu reformieren? Das wird dir nicht nützen. Was du versuchen musst, ist mehr in diesem Geist Natur zu wandeln, den Gott dir gegeben hat. Gott hat dir eine geistliche Natur gegeben und wenn du damit erfüllt werden willst, Warum singst du nicht Salmen, Lobgesänge, geistliche Lieder? Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Ich scheine mich nie in Schwierigkeiten zu bringen, wenn ich zum Seelengewinnen gehe. Die Bühlen mögen sich darin unterscheiden. Aber ich sehe mich nicht darin, schlechte Entscheidungen zu treffen, wenn ich in der Gemeinde bin. Wenn ich meine Bibel lese. Wenn ich mit Lieder Gott preise. Wenn ich zu Gott bete. Hey, wenn ich Dinge tue, die geistlich sind, scheine ich nicht die ganze Zeit zu sündigen. Weißt du, wann ich die ganze Zeit sündige, wenn ich überhaupt nichts Geistliches mache? Wenn ich am Kneiper bin, bin ich nicht am Kneiper, okay? Wenn jemand an einem Kneiper ist und nur TV anschaut und mit ein paar schlechten Leuten zusammen ist, was passiert dann? Die Sünde steht vor der Tür, weil dein Fleisch nicht reformiert wird. Versuch nicht dir Sorgen zu machen, dein Fleisch zu reformieren, sondern nur im Geist zu wandeln. Wenn du zum Beispiel morgen aufstehst, wenn du dieses Jahr durchmachst, denkst nicht so sehr darüber nach, wie du dich reformieren kannst, als ich muss mehr im Geist wandeln. Wenn ich morgens früh aufwache, werde ich meine Bibel lesen, werde ich beten, werde ich im Geist wandeln. Und wenn du dich entscheidest, nicht im Geist zu wandeln, wirst du weiterhin versagen. Und viele Leute versuchen immer wieder, sich selbst zu reparieren, indem sie neue Regeln und Gebote und mehr Gesetze und mehr Trainingsräder aufstellen. Und sie scheitern einfach immer wieder. Sie haben ungefähr 18 Sturzräder auf ihrem Fahrrad und denken, dass sie nicht fallen werden. Hey du, du musst nur im Geist sein. Du musst nur Glaube haben, vorwärts gehen. Und du wirst nicht fallen. Du wirst nicht vom Fahrrad fallen. Offensichtlich fehlt hier die Analogie auseinander. Denn der Gerechte fehlt siebenmal. Und steht wieder auf. Wenn du Erfolg in deinem christlichen Leben haben willst, mach du dich keine Sorge über all diese Gesetze und Reformationen. Du hast den Geist Christi in dir. Du solltest versuchen, mehr im Geist zu wandeln. Du sollst mehr mit dem Geister voll sein und ihn mit Lieder preisen und mehr beten, so wirst du einen wahren Sieg in deinem christlichen Leben haben.